Bei meinem Beruf kann ich Gott sei Dank meinen Rücken für das schonen, was ich zuhause heben darf. Gute Entscheidungen spüren wir jeden Tag und eine gute Entscheidung war die Zusammenarbeit mit Handhabungstechnik Winter. Mit einer guten Entscheidung wurden wir gleich auf mehreren Ebenen stärker. Wir konnten nicht nur eine enorme Verbesserung bei der Arbeitssicherheit feststellen, sondern auch Krankenstände minimieren. Obendrauf konnten wir mehr produzieren, was uns deutlich mehr Umsatz einbrachte. Effizientere Prozesse sind entstanden, was uns ein Umsatzplus bescherte und darauf kann man als Firmanchef stolz sein. Die Anschaffungskosten hatten wir schnell wieder drinnen und die Zahlen bestätigen uns. 50 Prozent weniger Krankenstände führen zu reibungslosen Abläufen sowie 100 Prozent mehr Zufriedenheit im Vorstand und der Belegschaft. Die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Unternehmen. Als wir dann zusätzlich erfahren haben, dass Handhabungstechnik Winter auch Kabelschutzlösungen anbietet, mit denen wir unsere eigenen Produkte verbessern können, war eine langjährige Zusammenarbeit nicht mehr von der Hand zu weisen. Was als Insider-Tipp begonnen hat, ist für uns heute eine Erfolgsgeschichte, die wir lieber unseren Enkeln als unseren Mitbewerbern erzählen werden. Langer Tag, viel geschafft, aber nicht zulasten meiner Gesundheit und so habe ich noch genug Kraft für das, was mich zuhause erwartet.